zack schlitz das sieht ja krass aus oder? das ist noch was zum aktivieren ich flitz mal rüber ach die habe ich okay die musst du mal befreien manchmal fliegt der nicht so richtig aber ich glaube das muss man auch noch rausfinden oh ich habe mal diese Teufelsicht benutzt das sieht ja krass aus da kommen noch krassere Sachen noch krasser? erzähl mir nicht! boah wie so ein riesen Vieh ist hier ähm wo bist du denn jetzt so wieder? ich kämpfe mein Gott kannst du es nicht mal unterlassen? wie dieses Ziel könnte ich nicht umgreifen wo bist du denn? ich war offensichtlich gerade irgendwo und bist du vor mir ja hier da ist noch was zum öffnen mhm dann gucken wir wieder hinkommen ich werde euch alles wünschen ich werde euch alles wünschen es ist mir jesus immer dabei ok ja oh der ist geopfert hier ist noch ein Brotal Aktivinierung krasser Sack alter krasser Sack alter ja ich mein Gott ich sehe das da und dann klicke ich da auch ja den muss ich ansprechen sieht ja voll krass aus alter mit diesem Buch hier und ja ne diese Farben diesen Altar hier richtig geil unbedingt mein größerer Monitor endlich ja äh wird schon was ausmachen denk ich mal ähm ok let's fetz oder geht's rupeli gu ich glaub jetzt müssen wir ohnehin kämpfen weil wir so weit alles fertig haben hier also mit den echt 50% steht da ne ich meinte jetzt können wir nichts mehr öffnen hier und so achso ja stimmt ähm ähm ey bin gestund ok wir wollen mal rüber zischen hier geil motherfu o wupala hm 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 wo bist eigentlich diese Dämonen-Sicht? hab mir das gar nicht durchgelesen äh eigentlich so geister sich gestattet euch Gegner und chatte physisch bei ihren hindurch hühre 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 um ein ich sehe irgendwo da hinten rumgucken ich kann es ist ein bisschen gelungen Nimm uns das schon wieder hin. Wieso habe ich kein Boomerang? Ich will auch Boomerang. Ja, tour dekker. Hm. Da oben ist wieder so ein komisches Kristallding. Siehst du das da oben? Ja. Der will nicht springen. Der will nicht in den Dingsen hier. So geil. Ich doch bleib bei ihm jetzt. So, flieg doch mal. Der will nicht fliegen. Jetzt. Hier ist irgendetwas Weißes. Irgendwas Weißes ist da immer Zeit. Irgendwas Weißes? Hm. Habe ich gerade gesehen, als ich da oben war. Ach, das ist noch ein Käfig. Alter. Dieses Merzen. Das sieht vorgab was mit den Büchern und diesen Kerzen und Knochen und alles, ne? Hey, fertig. Ja, ich bin im Kampf. Ist mir egal. Das ist klar. Ich habe gejuxt. Ja, also bitte. Du Juxer. Ich Juxer. Ähm, eine Sache fehlt noch. Man hat drei Düsterstern befreit. Hm. Äh. Unten rechts irgendwo. Muss das sein. Da. Da. Irgendwo da. Ja. Ich mach das mal eben. Oh, kannst du kaum. Control ihre Feine. Bitte, ich bin außer Reichweite. Aus Reichweite. Ich stehe ja vor dem. Zackger Schlitzer, Puff. So. Jo. Abgeben, äh, ui, ui, also das ist schon ziemlich undurchsichtig hier, ne? Mhm. Warte mal, ob in einem Jahr kennst du jeden Winkel hier und sagst dir, pff, wie langweilig, hm? Ja, wie immer, ne? Ja. Jetzt add on. Aber ich meine, ich mag es am Anfang, wenn alles noch so super frisch ist und so. Mhm. Jungfräulich, guck mal, da ist, äh. Da ist auch noch was da unten. Wer hat da den Fall? Augen auf das Ziel. Ein Quisitor Seelenschmerz getötet und Macht übernommen. Geradeaus. Ja. Irgendwie. Geradeaus. Wo bist du? Ich bin hier. Mann! Scheiß, wie. Dann bist du schon, äh, Basilist. Ob man hier nochmal in dieses Gebiet zurückkommt? Ich glaub nicht, ne? Ja, ist, ja. Muss man auf die Karte gucken, ne? Um das... Klein und... Kann sein, dass das nicht so ist, ja. Nun gut! Äh... Oh, dieses fettes Vieh, ne? Irgendwie ist das hier, ja? Tatsächlich. Äh, wie machen wir dies? Okay, wir haben Schlüssel. Wir haben... Wie macht man das? Lies doch mal, wer bitte die Quest. Oh, da ist er. Ups, da bin ich ein bisschen zu weit. Aha. Holy smokes. Kommt der nochmal runter, oder? Uiuiui. Okay. Ich bin so movement nicht mehr gewohnt hier. Oh, ich fliege in die Luft. Was wird das jetzt? Oh shit. Also mit diesen Anstürmen, da muss man sich echt noch ein bisschen einfriemeln, ne? Fledder hier die ganze Zeit in die Botanik, ey. Oh, ich glaube, über 4000. Oh, was war das denn jetzt? Ach, jetzt haben wir das Augenstrahl bekommen. Mhm. Oh, guck mal. Das sah ja geil aus. Hast du gesehen? Mhm. Geil. Muss mir irgendwann das alles nochmal anordnen, hier. Ja, ja, sofort. Hier ist Jo. Hetzt nicht, hetzt nicht. Ich hätt sie nicht. So, und jetzt, äh, ist die Quest abgeben. Einfach sie wieder nach oben gucken. Und so. Wie ist denn das hier? Sie sehen ja alle gleich aus, ist ehrlich gesagt. Ja, das ist ja... Guck mal, hier der erste Botanik, der irgendwo gegenrennt. Guck, guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Er war vielleicht doch kein Botanik. Wahrscheinlich war es kein Botanik. Muss ich nicht gleich alle demonstrieren hier. Rums die, bumms die, der Typ ist beschäftigt. Ach, da, um. Okay. Mhm. Die drei Fragezeichen. Aber hier mache ich so, ich hebe glaube ich das Starterzeug auf. Die Klamotten, ja, ich denke schon. Du sagst hier, als ob du das, du machst das doch in jedem Metron. Du hast ja eigentlich keinen Platz für deine Sachen, weil du alles aufhimmst. Und? Was dagegen? Aber dafür hast du antike Sachen. Eben, ich habe Sachen, die gibt es gar nicht mehr im Spiel. Zerschmettert die Kristalle, äh, für eine Chance bei Treffern Feuerschaden zu... Muss man denn ansprechen? Hm. Ja, ich quatsch mal kurz mit dem Tigel... Der Tigel... Geht wohl. Ne, wir haben irgendwie Quest bekommen. Ritual abgeschlossen. Hier ist, ist, ähm, eine Schüssel. Ach da. Ja, ein Filmchen. Ich hau mal eben noch hier auf ein. Filmchen. Bei mir gibt es gerade kein Filmchen. Du musst die Schüssel anklicken. Und muss ich da auch so leise sein? Dämonen, schluss. Der Kogner. Schllt. Es befinden sich Dämonen jägen auf meiner Welt, Beliasch. Das ist ungeheuerlich. Meine Ehre da beschwören Dämonen, um ihnen in den Rücken zu fallen, eure Ruheheit. Lasst sie den Vulkan nicht betreten. Der Schlüssel zu den Welten der Legion darf nicht in ihre Hände fallen, Beliasch. Ich kümmere mich persönlich um ihren Anführer, Königin. Tod das. Die spitze Titten, ey. Ja. So, Quest ist fertig. Das ist klar. Also, Titten sind das Wichtigste. Ähm. Er war? Nee, so hübscher Hintern nicht aufdrücken. Ähm. Magie aufzehren. Ach man, hier gibt es jetzt ganze Effekte hier. Ich glaube, mit den Augenstrand würde ich vorhin das schauen. Ich lasse das erstmal so wie es ist. Morgen kommen wir in Ruhe durch, bevor ich... will das alles so mutmäßig schön am Anfang mitnehmen. Okay, Beckmann. Ähm, jo. Schätzt ihn mir los, oder was? Mhm. Bis zu uns? Ja, vorn. Warum frage ich mal, ich schaue dir einfach, ob ich scheiß Minimap gucke? Ich gucke nicht auf die Minimap, weil da sowieso nichts, äh, zu sehen ist. Doch, da ist was. Alles schwarz. Nein, es ist nicht. Und Fragezeichen sind das. Es ist nicht. Stop. Bei mir. Ja, bei dir ist wohl alles gut. Bei mir ist alles anders. Ach. Die glänzen hier, ne? Ne, dachte ich. Ne, mach das mal alleine für. Ach ja, ich muss ja wieder runter looten. Brrrr. Gott, wie schön das ist. Diesen Schattenportal. Ich klicke da mal auf. Portal zerstören. Okay. Ja. Gebracht hat's auch nix. Okay, du nicht. Opfer gebracht. Wenn du ja mal die Quest liest. Opfer. Selbst auf, ja. Oh, hier. Pfeiler. Ja, die Dezimitatoren. Das mach ich mal eben. Zack. De-exkrementiert. Wir meckert hier. Kiddy, ne? Oh, guck mal. In diesem grünen Scheiß überhaupt stimmen dann. Oh, das sieht so cool aus. Woo. Macht übernommen. Schon wieder was dazu bekommen. Unterbricht dir einen gewirkten Zauber. Okay. Also zum Kicken. Okay. Das müssen wir auch irgendwo anders dann irgendwann mal hinpacken. Demnächst Morgen. Ach, die Statuen hier. Das sieht cool aus. Nicht cool. Hat auf jeden Fall etwas Opfer gebracht. Ach, wir müssen noch ein Opfer erbringen. Gut. Weißt du wo? Ja, eigentlich hier oben. Irgendwo. Ja. Ja, ja, ich bin hier. Wir haben ein großes Problem. Kommen, 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 kommen mir, kommen mir zu. Zu dir. Ich muss euch opfern, um das letzte Tor zu aktivieren. Ich möchte, dass ihr mich opfert. Opfert? Nö. Ich überlege es mir nochmal. Ich habe mich entschlossen. Opfer mich. Ich opfer mich. Ich habe ihm geopfert. Oh, ich bin tot. Clever. Wieso bin ich tot? Ja, du hast dich doch geopfert. Opfer heißt ja Kilo off und wächtet. Scheiße, ich bin nicht. Ja, aber... Okay. Okay, Leute. Das wird noch ein bisschen dauert. Ich glaube immer, so eine Gegner schau weg. Ich sehe so, ob diese Sicht, das ist super geil, ja. Ja, ich finde es auch. Wer ist denn das hier? Du bist es nicht. Nein, ich bin eine Leiche. Ach ja, du bist eine Leiche. Jetzt muss ich auch wieder warten. Ja, Peter. Was heißt denn Peter? Naja, wieder wie auch... Ja, bitte. Kann man hier ja irgendwo reparieren. Reparieren brauchst du aber jetzt noch nicht. Ich muss hier aber was machen. Das ist für mich noch nicht fertig hier. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Da ist ja noch so ein Ritualteil. Hier. Wo ist denn hier? Bei mir. Ja, naja, das eben. Das mache ich nicht so. Sag, so, jetzt habe ich es fertig. Boom. Oh, shit. Gott, ey. Ist ja anstrengend mit dir hier. So ist das immer mit ihm, Leute. Immer. Ach, krumm. Guck mal, die haben zum Beispiel knackige Ersche, finde ich. Ja. Und viele Hände, ne? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Also. Guck mal, wenn du von dir Schlüpper da so ein bisschen beiseite ziehst, den String so. Ja, okay. Also. Vielleicht mal kaltuschen. Oh Gott, ey. Echt? Ne, ja doch, mir ist warm, weil wir sind auch ziemlich warm hier in der Bude. So, abgeben. Oh, einfach den Weg hier irgendwie folgen. Das ist ne Beute, finde ich. Egal. Das ist eh nur so ein Krempel hier. Das ist sehr geil. Aufsitzen. Die Legionen meint es ernst. Sie setzen ihre Verwüster ein. Äh. Hilfe. Was machst du? Ich weiß nicht, wo rei ich überhaupt richtig? Der Weg ist richtig. Ja, die scheißen, äh, schießen. Scheiße. Auf uns. So oder so. Oh, hier ist ein verdammtes Metzlack-Pharmophon. Komm, fahr mal auf, äh, oh, eben, ne? Mach mal. Mein Anzug ist neu, ich kann mir den scheiß nicht erlauben, hier. Hallo, jetzt geh doch mal ran, da. Pro-Gamer. Ich hau aber auf, ich mach auch mal was. Guck, guck's an. Siehst du. Überarbeitet dich aber bitte nicht. Boah, Gott, hier, komm, ich mach jetzt auch mal was. Mecker hier. So kalt, aber das knacken wir nicht. Boah, man, ist ja so verwöhnt mit dir. Ich brauch den Boomerang, man. Huh? Alter, was macht der denn mit mir? Ey, der macht ja böse Sachen mit mir. Echt? Ja. Haha, das sieht so geil aus, ey. Das sieht richtig fetzig aus. Oh, wir sind da. Um alle, die man früher bekämpft hat, ne? Ja. Sind jetzt fein. Krasse Schatz. Es ist mehr eine Zusammenarbeit. Hm. Was sieht das geil hier? Aus. Fein, fein, fein. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Gamaschen der OP. Als wir uns nicht wiedersehen. Sterb wohl. Gibt eigentlich auch irgendwie Kohle hier, ne? Mhm. So, wir spielen übrigens, wie ihr gesehen habt. Gesehen habt, natürlich, ohne irgendwelche Account-gebundenen Sachen. Ich weiß gar nicht, ob es gibt hier aber wahrscheinlich schon, ne? Weiß ich nicht, aber wozu eigentlich? Ja, mein Gott. Ja, das dauert mir dann zu schnell. Irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich weiß. Und ich schätze mal, in ungefähr acht Stunden gibt es hier den Run First. Ja, sollen die machen wie die Nächten, aber ich möchte das genießen, ja auch. Ja, ja, ich auch jetzt, soweit es geht. Abgesehen davon, ich könnte nie die Run First sein, denn... Also, jetzt sowieso nicht. Ich kann mir nicht mal angucken, ob hier einer Run First wird, weil ich... So, die ist informiert. Oh, die Hintergrund der Oral. Und hier diese Saison auch. Zack, zack, zack. So, das war ja mal eine ziemlich schwere Kölz. Hm, hm. Aber ich glaube, gleich gibt es noch eine richtig heftige Schlacht, könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir gut vorstellen. Entspannungskräfte. Sprech mir, Jace, Jace, düster Weber und nutzt dann eure Geister sich um die Höhle nach Verborgenen und den Dämonen abzuziehen, dann geht das gut. Äh... Ja, schau, das müssen wir uns unbestimmern. So, come on. Come on. Ist das irgendwo hier? Ich weiß nicht, ob man links oder rechts hoch muss. Ich gehe hoch. Ja. Die kryptische Höhle. So. Die ist hier, und wir müssen jetzt hier durchklotzen oder so. Warte mal. Ah, guck mal. Voll krass, oder? Mhm. Wie mag ich das jetzt auch? Ich weiß nicht. Ich glaube, die muss man ansprechen, die netten Werten, wo liegen hier. Hab ich doch schon. Äh, ja. Irgendwie. Müssen wir nochmal gucken. So. Jetzt hat's funktioniert. Ja? Die hätten wir vorher ansprechen müssen. Ihr haltet folgenden Effekt, Lewe werfen. So. Jetzt machen wir mal Opti hier. Ups. Und rinden die Putze, sag ich mal, ne? Also, die Quest ist für mich nicht, äh, fertig, ne? Gesundheitstein der Legion, was ist das denn? Ach, da muss man rein, bestimmt, oder? Ja, so wie ich hier mich auch gerade, äh, so ein Auffallte. Was haben wir denn Feines hier? Äh, wie bist du denn da reingekommen? Ja, wie? Die machen das ja auf. Für mich hat das keinen Aufbau. Du musst ihn ansprechen und danach die Sicht benutzen. Die Sicht? Deine Dämonensicht. Ich muss zuerst etwas anbieten. Hm. Habe ich, und? Das funktioniert nicht. Hm.